Hallo, hier ist Sonja und wir spielen wieder Master Builders und haben heute das Thema Spielhalle zu bauen. Habt ihr schon Ideen, was ihr baut? Das ist nicht so, als ob ich klauen möchte. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich baue eine Spielhalle. Oh, du bist eine Spielhalle. Okay. Mach einfach was, was nicht zum Thema passt. Klassiker. Warte, wie baue ich denn? Ich baue jetzt erstmal so einen Pokertisch. Haben die nicht? Warte mal. Ich mache halt was, wo die Leute Angst kriegen. Okay, das ist schön. Brauchst du dich selber, Toops. Aha. Du bist ja so witzig. Ja, ich weiß. Sagen wir viele. Was soll ich sagen? Ich habe gerade, dass du das gemacht hast. Nein, Ronja. Was? Du bist gemein. Na, das ist doch... Na, auch Toops. Oh, no. Toops, ist dir echt schon mal aufgefallen, dass du zwei Ohren hast? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dreieinhalb Ohren hast? Wo denn? Die anderen hast du in der Nase. Okay, also, ich komme gut vor, Mann. Es läuft bis jetzt ein und frei. Ich kann mich nicht beklagen. Achso, also, und, und, ja, und sonst, wie geht es sonst so auf den Klo? Also, es läuft einfach einfach... Ja, soll ich dir das nächste Mal ein Foto schicken, wenn ich... Nee, danke, so ein bisschen eklig. So, warte mal, hier ist kein... Hier habe ich irgendwas verbaselt. Ich weiß nicht, was es... was es ist. Läuft nicht so. Ich meine, es läuft sehr gut. Das freut mich für dich. Jetzt zwar unabhängig vom Thema, aber... Das war jetzt auch nicht... Ich habe nicht mehr ins Platt. Ja, ich habe beantworten mich gleich. Wieso? Jokes, was machst du? Ja, je weniger du weißt, desto besser. Okay. Warte, ich mache das mit Köpfen. Ich mache das schön. Ah, nee, warte. Irgendwie wollte ich jetzt aus irgendeinem Grund einen Billardtisch bauen. Ja, das ist... Nee. Aber das könnte ich auch machen. Ich wandle meinen Pokertisch um in den Billardtisch. Nein, Ronja. Doch. Abgelehnt. Nein, Ronja darfst nicht. Ich bin hier fertig. Ronja darf nicht. Ronja darf nicht. Ich baue einen wunderschönen Billardtisch. Ronja darf nicht machen. Tobias. Ronja darf nicht machen. Lügen darf man nicht sagen. Ach, Taps, das ist jetzt aber... So, warte mal, das wird schön. Das wird ein weißer Werk der deutschen Kunstgeschichte. Ich war noch nie so stolz auf ein gebautes Werk von mir. Echt? Ah. Bist du dir da sicher? Tja. Das ist nicht schwer. Ich glaube, meine gebauten Werke sind jetzt immer relativ scheußlich. Ach so. Okay. Aber ich glaube, das hier könnte wirklich was werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch erkennbar als das, was ich baue. Sicher? Ich hoffe es. Oder lügst du uns gerade an? Vielleicht lüge ich euch gerade an. Ich baue einen großen Billardtisch, aber es ist ja der Baumodus. Ronja lügt öfters. Das hat sie schon zugegeben. Okay. Uffi. Jetzt bin ich wohl aufgeflogen. Was mache ich jetzt? Ich bin voll zufrieden. Es ist tatsächlich einmal in meinem Leben habe ich was Symmetrisches geschaffen. Es ist eher untypisch für mich. Im Normalfall wird es eher untypisch. Was brauchst du denn? Einen Billardtisch. Warum? Weil Billardt ein Spiel ist. Und eine Spielehalle hat auch oft mal einen Billardtisch. Ich wollte auch erst ein Casino bauen, aber dann habe ich mich umentschieden. Und habe die Möglichkeit des Billardtisches gesehen. Aha. Aha. Eklig, Ronja. Mann. Ich weiß nicht, wie ich den Tü... Äh, weiß es. Ja, das ist schon auch... Was baut ihr denn? Ich... Ich muss überlegen, so... Hier, hallo, so... Mein ist geheim. Mein ist geheim. Ja. Das finde ich nicht gut. Ich bin normalerweise Ideenklauer Nummer 1, deswegen... Nein, die will ich dir nicht klaren. Nein? Nö. Okay. Sie so gut. Ja, aber man wird wissen, das ist von mir... Das erkennt man. Oh, okay. Ich raten. Guck mal. Das ist top. Das ist meist ein guter Start, oder? Nein. Das kann ich wirklich machen. Ich finde es immer schön, wenn Flo bei Scribble anfängt. Dann hat er diesen rosa Kreis. Und dann dieses gestreifte Stört, dann geht es immer los. Das hier ist top. Das ist ein richtig schöner Billardtisch, ich sag's euch. Ich habe noch nie so etwas Hübsches gesehen in meinem Leben. Außer vielleicht... Okay, langsam wird er hässlich. Oh, so etwas Schönes hast du nie gesehen in deinem Leben. Oh, das hat Topps, der ist ja. Ich habe dich noch nie gesehen, Topps. Nein, wir haben uns noch nie im Reelive getroffen. Ja, beim... Ja, dann habe ich dich noch nie gesehen. Doch, Ronja. Ja, Ronja lügt. Nee, wir haben uns noch nie getroffen. Ronja lügt. Wann soll ich dich denn mal getroffen haben? Keine Ahnung. Aha. Ronja lügt einfach nur. Das finde ich nicht in Ordnung. Hashtag Ronja lügt. Nee. Ich habe mir gerade ein Fan in der E-Mail geschrieben. Oh. Dass er sich beschwert hat, dass ich Afrika falsch dargestellt habe. Oh. In meinem Reisevideo. Oh, oh. Der hat gesagt, das stimmt gar nicht. Wir haben... Was? Er hat extra Bilder angehängt. Oh, das ist irgendwie niedlich. Von so einer modernen Stadt in Afrika unter einem Strand. Das ist doch nicht symmetrisch. Oh, oh. Oh, oh. Hey, das ist doch voll niedlich. So. Hey. So. Das finde ich zu gut. Nee, warte mal. Das ist so. Hey, hey. So, so. Hier auch immer Fanart. Ja? Instagram. Ja. Und diese Edits, die Topsia mag. Oh, die Edits, wo ich Angst habe, dass ich sterbe. Machen solche Edits, die sehen traurig aus. Und da habe ich das Gefühl, ich muss bald sterben. Okay. Uiuiuiuiui. So, jetzt ist es symmetrisch. Ja, traumhaft. So, ich habe noch zwei Minuten. Das hat funktioniert. Das reicht mir. Das funktioniert nicht. Wieso nicht? Warte mal. Wenn ich das will, dass es eigentlich funktioniert, aber... Wieso funktioniert das nicht? Wieso das nicht? Es ist sogar... Oh mein Gott, ich bin so ein Biest. Es ist manchmal... Es ist schwer, mein eigenes Genie zu fassen. Für mich. Ja, okay. Ronja... Ronja macht mir Angst. Geht das auch so da drauf? Bitte da. Das wird jetzt halt... Okay, jetzt hat es natürlich seine Schwächen. Auch irgendwo. Das muss immer klar sein. Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wie so etwas aufgebaut ist, um ehrlich zu sein. Ich bin kein Billiardspieler. Doch, bist du. Hast du nicht Billiardologie studiert? Ähm, leider nein. Das muss man eigentlich machen, wenn man jetzt anfängt. Aber ich könnte meinen Studiengang jetzt wechseln. Ja. Ah, ich glaube, das wird so nix. Ich glaube, ich muss nochmal umstrukturieren. Oh, nur noch eine Minute. Die Zeit vergeht. Ja, die Zeit vergeht schon. Ich bin schon in zwei Minuten fertig. Ehrlich? Ja. Heckerman. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Oh, oh. Heckerman. Ja. Hast du Billiardologie studiert, Flo? Äh, ich hab's vor. Hab ich dann umentschieden für Casinologie. Oh, okay. Auch ein guter Studiengang. Ist auch ein guter Studiengang. So, warte mal. Ich brauche... Pfff, das läuft nicht. Okay, es sieht echt nicht gut aus. Und ich sag, für zehn Minuten ist das auch einfach ein Witz. Was ich hier gebaut hab. Fällt mir halt jetzt erst so auf. Sei doch nicht so gemeint zu dir selber. Ihr werdet's ja gleich sehen. Ja, aber ich... Darf ich nochmal bewerten? Ja, 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 klar. Ui. Okay, abstell. Bereite dich auf das abstell. Was haben wir denn hier Schönes? Äh, das ist... Oh, ist ein Peckman-Automat. Weißt du was? Ich geb'n gut. Guck mir ein Automat. Ich geb'n gut. Kabel, Steckdose. Ich geb' ich'n gut. Ich find's nicht schlecht aus. Außer mit dem... Also... Bei der Peckman, der kotzt sogar gerade. Nee, kotzt gerade. Ja. Ich find' den nicht schlecht. Okay. Sigurd Olsen ist auf jeden Fall besser als in Mainz. Was haben wir hier? Ja, hier steht was. Aber ich weiß nicht, also so'n Stuhl. One round five. Ja, ich geb'n okay. Ich find's nicht so gut, ich find's okay. 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 Tja, Balkangamer. Ne, Balkangamer-Z. Ne, Balkangamer-Z. Was haben wir denn hier? Okay, das ist einfach nur ein schwarzer Block. Ja, okay, ne. Ah, 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 das ist ein Kacka. Ja. Ein Legendary von mir. Es ist einfach ein Kacka. Super Legendary. Dachtest du, das bist du? Ich dachte auch, das bist du. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das sieht geil aus. Das ist echt nice gemacht. Meinst du, das glaubt, ne leichte Hardtail-Themenverfehlung? Das ist bestimmt von Jakob, oder? Es ist von Jakob. Er schreibt, er schreibt, wow, bei seinem eigenen, wow Jakob. Wow. Wie hast du das gemacht? Äh, wie komm's drauf? Was? Ich hasse dich, Frau. Das Schweinchen sieht so cute aus. Ja, okay. Er schreibt, das ist not okay. Das ist not okay. Du glaubst, das ist nicht okay. Bitte stopp. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Das ist von mir. Das ist von Rodner. Das ist von Rodner. Schau. Ich wollte, dass es was Gutes wird. Aber dann hatte ich einfach keine Zeit mehr. Und ich wollte eigentlich noch einen Mann dahinmalen. Mit so einem Billardstab. Ja. Aber das hat nicht geklappt. Not Arcade. Not Arcade. Not Arcade. Äh. Ach, spielerhalte. Spielerhalte ist Arcade. Spielerhalte ist Arcade. Aber das ist dann lucky. Er spielt Donkey Kong. What the hell? Was hat der, der... Okay. Ich finde den Typ ein bisschen gruselig. Deswegen ist es leider nur ein okay. Ja. Das war Fredrik. Das war Fredrik. Doxen. Doxen. Ja. Okay. Okay. Was haben wir hier? Äh. Okay. Sieht mäßig gut aus. Ist das wie so ein Labor, wo so Leute drin sind? Ja. Das stimmt. Das sind so Gefängniszellen. Jemand hat gefragt, sprich bei euch nicht Android. Nein. 100 EQ. 100 EQ Tops. Den hast du auch played. Der hat Balkan Gamer. Doch, du sprichst. Hat der Balkan Gamer erkannt. Nein. Na schon. Stop Germany. Warte. Der hat einfach ein Fliegengitter. Der macht Quallfischen. Aber das ist doch keine Spielhalle. Das ist, oder? Hä? Das ist doch keine Spielhalle. Sorry. Das ist ein Superkacke. Das ist ein Superkacke. Arcade. Ja. Ach, der spielt Badminton oder sowas. Ja. Ja. Eieiei. Ich glaube, mit Spielern ist es eher so Arcade gemeint. Ja, ja, ja. Aber... Okay, was hat der? Das ist cheap. Ist das okay? Ficken okay. Ist das okay? Okay, ich hab Hunger. Top, das ist mal was Neues. Hast du Hunger? Ja, ich hab Hunger. Das ist jetzt, also unerwartet. Ist doch nur Schwein. Ja. Genau. Ihr zwei könnt euch ja heute was Schönes zu Abend kochen. Ja. Ja. Jakob hat es verdient. Jakobs ist echt gut geworden. Bin auf dem elften Platz. Ich bin 10. Ich bin übertobst. Haha. Nice. Warte, was bin ich? Ich seh's gar nicht. Oh, Leute. Dritter Platz. Zack. Ronja Streiter. Na gut, das war's für diese Folge. Master Milders, wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Reibekuchen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020